Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Roblox Bad Wars Leute und dieses Mal spiele ich den Barbarian. Wie ihr seht, wir können kein Schwert mit dem Barbarian kaufen, aber was wir machen können ist kämpfen und dadurch bessere Schwerter kriegen. Also wie ihr sehen könnt, bin ich hier. Ich gehe hier einfach irgendwo hin, probiere jemanden zu töten. Wenn ich ihn getötet habe, bekomme ich mehr Punkte und wenn ich ihn jetzt anhitte und anhitte, dann habe ich am Ende tatsächlich, kriege ich ein besseres Schwert Leute. Warte, also hier sind mir zu viele Leute, wo auch zu viele in die Mitte kommen von. Wie wäre es mit, ja, ja, ach, na klar kommt jetzt, kommt ihr jetzt alle her. Ja natürlich, oh, okay Leute, aber ich habe immer noch ein Steinschwert, ich habe jetzt ein besseres Schwert. Deswegen, das ist schon mal sehr gut. Ich werde auch hier etwas abbauen. Okay, wir bauen mal kurz den Block ab. Und dann können wir uns Armor holen. Okay, dann könnten wir uns vielleicht Löcher holen. Komm, schneller, schneller. 48, 49, 50. Okay, Armor gekauft. Okay, ich gehe direkt los. Okay. Ja, ja, die kriege ich natürlich. Easy. Easy kill. Okay, fast ein Iron Sword. Bekommen ein Eisenschwert. Okay, ich muss nur kurz warten, bis ich wieder, bis ich wieder Leben regeneriere. Oh ja, willst du wirklich herkommen? Bist du dir ganz sicher? Ich mache nämlich gleich vielleicht mehr Schaden. Nein, ey, nein, die haben mir gerade, der eine hat mir gerade mein Schwert wieder geklaut. Mein Eisenschwert. Ich hatte ein Eisenschwert. Das kriegt er zurück. Mein Eisenschwert will ich wieder haben. Komm doch, komm doch. Er traut sich nicht herzukommen. Komm doch, komm. Komm, komm. Komm her. Okay. Hä? Wir verlieren so viele Punkte. Auf jeden Fall, Leute. Mit dem Kit können wir eine Rage Blade kriegen. Und die ist dann ultra krass. Also die ist sehr, sehr stark. Die macht über 80 Damage, glaube ich sogar. Wenn du Max Upgrade bei Damage hast. Oha, wie viele Punkte, die mir auch immer klauen jetzt. Da muss ich doch mal jetzt eine Rage Blade haben. So, Leute. Neue Runde, neues Glück. Und jetzt bauen wir uns einfach ein bisschen rüber. Ja, wie schon gesagt. Neue Runde, neues Glück. Die andere Runde ging nicht so gut. Vielleicht kann ich diese Runde ja schneller eine Rage Blade kriegen. Zack. Wird dann natürlich hier gespawned. Hallo, ich muss so sein. Ich muss so sein, dass ich Leute spawned kille. Ich muss so sein, es tut mir leid. Aber ich muss meine Rage Blade doch kriegen. Irgendwie muss ich doch auch meine Rage Blade. Hä, aber halt echt. Wie kann man denn Whisper in dem Mode spielen, bitteschön? Whisper ist einfach nur schlecht. Whisper in Solo. Für Solo ist Whisper ein sehr schlechtes Mix. Hä, vor allem was bringt es? Wen willst du an Whisper? Wen willst du den Vogel geben? Das ergibt halt null Sinn. Tod. Eisenschwert. Ich hole mir gleich mal ein Diamantschwert hier. Easy. Ja, ich benutze sie zum spawnen killen, Leute. Ich möchte euch ja hier eine Rage Blade zeigen. Und wie soll ich das denn, wenn ich keine habe? Komm, 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 komm. Zack. Okay, Leute. Ich bin jetzt wieder beim Eisenschwert. Weil die eine mich gerade getötet hat. Aber nicht so. Nicht so. Ich wollte sie spawnen killen. Und du willst nicht das Bett abbauen. Weil es ist mein Rage Blade-Geber. Ey, du gehst jetzt nicht die ganze Zeit zu ihr rüber. Ah ja, und jetzt. Weißt du? Nee, kein Teaming. Hallo, die Teamen. Hallo, hier wird nicht geteamt. Du gibst jetzt nicht den Vogel hier. Und dann. Nee. Ey, sag. Nö, jetzt gibst. Hat sie den Vogel jetzt? Oder wie? Ja, genau. Sie kriegt jetzt alles von mir. Aber nur für eine Sache. Damit sie mich die ganze Zeit spawnen killt. Ich bin jetzt der spawnen killer, oder wie? Also ich hole mir erst mal direkt wieder ein Eisenschwert. Zack, Bett ist schon mal weg. Aber ich will das mal sagen. Das war's mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo und Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.